Hallo, ich habe hier an meiner Seite unseren Landtagsabgeordneten Wolfgang Barsch. Hallo Wolfgang. Hallo Gabi, moin moin. Wir sind hier auf dem Sommerfest des Ortsvereins Mühlentor West und wie gefällt es dir denn? Wunderbar, viele fröhliche Kinder und die haben Riesenspaß, hat der Ortsverein richtig gut organisiert. Ja, und wie schätzt du die Stimmung ein für den 24. September zur Bundestagswahl? Was schätzt du? Na ja, das ist jetzt der Aufgalopp für eine reine Siegesserie und dann wird am 24. September die Serie mit den Siegen begonnen. Landtagswahl war ja nicht ganz so dolle, also kann das bei der Bundestagswahl nur viel, viel besser werden und dafür strengen wir uns an. Ja, aber Lübeck hat ja gut abgeschnitten, wir haben ja immerhin unsere drei Wahlkreise wieder direkt geholt. Das ist doch eigentlich schon mal ein gutes Signal für die Bundestagswahl. Genau das ist das, was Mut machen soll und dir Mut machen soll. Ja, danke Wolfgang, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und dann bis bald. Werden wir hier haben. Und viel Erfolg in Kiel, ne? Werden wir hier haben. Das ist ja nicht so einfach jetzt, ne? Alles gut, alles klar, wunderbar, bis dann. Also, tschüss. 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 Vielen Dank.